Hallo, ich bin Claudiel. Und ich bin Elisa. Und heute machen wir eine richtig coole Übernachtungsparty im Gartenhaus. Ja! Wir müssen noch alles schön machen im Gartenhaus und Süßigkeiten besorgen. Und alles, alles was man braucht. Ja und alles, alles. So, und wir werden noch Marshmallows machen und so kleine Riegel vielleicht auch verspeisen, okay? Oder vielleicht Spritzeln. Ha, wenn es Spritzeln gibt. Komm Elisa, wir gucken. Hier ist die Schublade, wo alle Süßigkeiten drin sind. Jetzt schon mal Marshmallows. Die dürfen nicht fehlen. Und die dürfen auch nicht fehlen. Okay. Und noch, ähm... Ja, die sind auch lecker. Und... Wo sind die Chips? Hm, wir haben hier noch letztens so etwas Schraubchen gegeben. Schau mal! Ja, hier ist schon mal die Käsesauce. Hier ist die Käsesauce und die schmeckt echt gut. Aber wir brauchen noch Chips dazu. Hm, wir haben jetzt noch die Chips. Hm, das sind andere, die da... Wir brauchen dreieckige, okay? Die sehen so aus. Gut. Oh, die sind alle. Es gibt keine mehr. Ja! Dann gucken wir mal in den anderen Schränken. Ja. Hier nicht. Hier nicht. Oder auch nicht. Bestimmt nicht. Äh... So. Nicht. Oh, hier. Gut. Warte mal. Hier. Da sind sie. Gut. Lecker. Die sind aber schraub. So sehen die aus. Ja. So sehen die aus. Und schmecken echt gut mit der Käsesauce zusammen. Es gibt noch eine. Warte, die zeige ich. Das ist die hier. Aber wir wollen gerade die Käsesauce essen. Oder, Elisa? Hm. Jetzt haben wir alles. Jetzt gehen wir los. Oh, wir brauchen noch zu trinken. Lisa, komm. Hey, das hier. Oh, ja. Kaffi Sonnen. Die sind gut ab. Ich glaube, wir brauchen nur zwei Stücke, weil wir sind ja zu zweit. Komm, Elisa. Nicht die ganze Packung, okay? Hallo, Luki. Hallo. Ich bin da gerade ein Kuschel. Hier haben wir zwei. Guck mal, wie lustig. Und der hat dieses. Die nehmen wir auch mit. Jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir zum Haus. Ja. Aber ich glaube, wir lassen die Sachen erstmal hier stehen, weil wir müssen im Haus ja noch alles umräumen, dass es schön gemütlich ist. Ach. Oh. Ja. Äh. Ich kann doch schneller kriegen. Oh nein, nicht hinfallen. Mein Teddy. So. So, Lisa. So, haben wir jetzt da. Ja, noch so. Kleiner. Ja, aber hier ist noch ein bisschen was unordentlich. Und noch der Eisel. Hier haben wir auch Bücher drin, dass es uns nicht langweilig wird. So. Das müssen wir eigentlich nicht so schön machen. Eigentlich ist es auch naschig drin. Aber warum? Jetzt leg ich mal den Tisch. Ja. So. So. So, jetzt ist es aber schön. Jetzt müssen wir nur noch die Teller wegbringen und die ganzen Süßigkeiten hier rein. Jupp. Tschüssi. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einer Treffen drin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ha, K önce-Kan Es ist egal, ob er seineります cript. Hier, Elisa. Tuchler und Tau. Komm Elisa, jetzt bereiten wir alles vor fürs Lagerfeuer. Hier. Aber wer braucht denn Stöcker? Ja, wir müssen Stöcker sammeln. Komm jetzt, ich sammle Stöcker. Und du? Ich weiß, wo die Stöcker sind. Wir haben hier die Feuerschale aufgestellt, weil sie nicht schön ist. Und wir brauchen noch Stühle und Bambusstöcker. Als erstes holen wir die Bambusstöcker. Jetzt. Los geht's. Jetzt. Los geht's. Fertig. Jetzt. Das ist perfekt. Und jetzt für Lisa. Okay. Wie du so den Kinkern. Dann geht es gut aus. Hup. 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 Jetzt brauchen wir nur ein schönes Feuer. Ja. Hup. 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 Hier ist das ganze Holz, denn jetzt holen wir ein paar Stöckchen. Wieser, komm! Ich bin riesig. Da wusste gar nichts. Da ist die Schale. Das reicht, glaube ich. Ja, das reicht. Jetzt brauchen wir, glaube ich, noch Zeitung, oder? Jetzt sind wir fertig und zitten das an. Ja! Fürs Anzünden muss immer ein Erwachsener dabei sein. Da müssen wir jemanden holen. Ja, keine Angst, okay? Ja, hau! Ja, hau! Hier sieht man schon richtige Pflanzen. Höher! Auf dieser Seite sind Pflanzen. Guck mal! Höher, höher, höher! Soll ich schon mal Marshmallows holen, Elisa? Okay! Okay! Ich bin ein bisschen, Elisa. Danke schön! Die da hier. Danke schön! Und jetzt! Und jetzt! Das ist schon braun! Das ist ein gutes Zeichen! Bitte helfen, Elisa! Und dann! Ähm... Dann halt rein! Das Feuer hat ein bisschen... ...kool schwarz! So! So! Perfekt! Lisa, dein er ist fertig. Gut, können wir jetzt die Essen... Warte, erst mal ein bisschen abkühlen lassen. Und jetzt... Mein ist sehr gut. Diese abnehmen. Und jetzt essen. Mhhh! Sehr gut! Du musst gleich noch einen machen. Jetzt auch! Ich glaube, jetzt ist es bei dir gut. Ich glaube, jetzt ist es bei dir gut. Okay. Hier, hier. Danke! Jetzt mach ich mal drei Marshmallows drauf! Pfff! 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 Abweiss! Pfff! Pfeif! Pfff! 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 Pff! Töttern palavras! Jetzt haben wir genug Marshmallows gegessen und jetzt gehen wir ins Haus. Komm her. So, jetzt haben wir alles und wir erzählen uns auch gleich Gruselgeschichten. Reintoppen und essen. Die Käsesüße ist sehr gut, aber die Chips sind ein bisschen scharf, aber es stört eigentlich nicht. Willst du trinken, Elisa? Mh. Soll ich dir helfen? Mh. Okay. Oh, hallo, ein Gast. Loki. Loki guckt sich jetzt mal die Kuschelecke an und wir essen sie hier. Das ist auf meinem Kopfkissen, das finde ich nicht so gut. Aber ist doch süß. Will ich dein Buch lesen? Okay, dann lesen wir ein Buch. Ein Hasebuch. Okay, hier gibt es zwei Hasebücher. Ja. Bist du das kleine Häschen? Okay. Wokke ich das? Okay. Ne, das hier. Unser Decke ist so warm. Lise, du hast ja hier eine Decke. Ja. Häh. Okay. Oh, du hast ja kalte Füßchen. Mh. 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 Wiesa. Also es geht los. Bist du das kleine Häschen? Ich sehe deine Pfoten. Ach nein, das bist du nicht. Das ist ein schöner Schmetterling. Bist du das kleine Häschen? Ich sehe dein Schwänzlein. Ach nein, das bist du nicht. Das ist eine ... ein müdes Mäuschen. Lisa, guck mal, das ist das kleine, müde Mäuschen. Das lief tief und fest. Ja. Oh. Jetzt lädt sich Elisa noch ein bisschen vor. Jetzt verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.